Haarausfall ist Gottes Weg, mir zu sagen, dass ich ein Mensch bin. Wenn man eines herausnimmt oder ein Gesetz ändert, warum sollte man dir dann nicht alle deine Rechte nehmen? In Hollywood heiratet man frühmorgens. Geht die Ehe schief, ist wenigstens nicht der ganze Tag im Eimer. Der durchschnittliche Actionfilm von heute ist lang, lang, langweilig. Ich bin deutlich stolzer darauf, Vater zu sein, als Schauspieler. Ich spreche nur zwei Sprachen, Englisch und schlechtes Englisch. Und mit denen habe ich schon Probleme. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen, wir werden vielleicht nie das Wunder der Geburt selbst erleben, dafür können wir aber Dosen selbst öffnen. Ein Kansas City Shuffle ist, wenn alle Welt nach rechts guckt, während du links rumgehst. Ich glaube nicht, dass verheiratete Männer länger leben als Frauen. Es kommt ihnen nur so vor. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst sie nicht wiederholen.